Hier, von hier ziehe ich einfach mein Knie zu meinen Erbogen. Nicht bedrücken, sondern mache ich nichts. Von hier drüber gehen. Andere Seite. Von hier machen wir weiter. Von hier, okay? Machen wir einfach eine Basis. Hier. 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 Stand up. Stand up. Jetzt die Taler, okay? Von hier. Der Leck hier. 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 Klassische Armbach. Okay? Also klassische Armbach, aber mit vielen Details, okay? All-barer Klassiker. Mehr desahe. Denk so schwer. Okay, hier ist es. Hier. Hüfte. 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 Hier. Hier. Wenn ich nur so mache, gehen nach oben. No chance. Okay? Also hier. Und hier greifen. Mit. Kimano. Hier. Perfekt. No Kimano. Hier. Okay? Hüfte. Hüfte. Jetzt das beim ganz schiefen nach oben. Hier. Okay? Hüfte. Okay? Und jetzt der letzte Schritt. Der letzte Schritt ist das. Und jetzt. Straight down. Mit den Tipps. Be careful. Hier. Klassische. Wieder. Okay? Hüfte. 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 Vielen Dank.